Sergej Lavrov und Hakan Fidan treffen sich diesen Donnerstag und Freitag in Russlands Hauptstadt. Dabei bereiten sie ein Treffen der Staatschefs der Länder vor. Die Außenminister Russlands und der Türkei, Sergej Lavrov und Hakan Fidan, werden sich an diesem Donnerstag und Freitag in Moskau treffen. Dabei soll es auch um die Vorbereitung einer Begegnung der Staatschefs beider Länder gehen. Themen bei Fidans Arbeitsbesuch seien zudem die Konflikte in der Ukraine, in Syrien, in Libyen, im Kaukasus sowie die Zusammenarbeit beider Länder im Energiesektor, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Auch das türkische Außenministerium kündigte die Reise Fidans an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bestätigte am Mittwoch, dass in Kürze ein Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Staatschef Wladimir Putin in Russland geplant sei. Dazu werde es demnächst eine offizielle Mitteilung geben. Medien hatten berichtet, dass die Zusammenkunft für den 4. September in Sochi am Schwarzen Meer geplant sei. Treffen dreht sich um Getreideabkommen. Dabei dürfte es vor allem auch um das derzeit ausgesetzte Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gehen, das Putin aufgekündigt hatte. Erdogan werde dazu in naher Zukunft nach Sochi reisen, hatte der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Zelig, gesagt. Russland hatte das für die Welternährung wichtige und unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Getreideabkommen Ende Juli aufgekündigt. Die Vereinbarung hatte unter anderem den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht. Russland will erreichen, dass die westlichen Sanktionen gelockert werden, damit es sein eigenes Getreide leichter exportieren kann.